Namaste ihr Lieben! Wie ihr seht, ich habe heute Morgen meine Yogamatte bereits ausgerollt und habe den Sonnengruß praktiziert. Das ist eine schöne Morgenroutine, um ein bisschen fit und wach zu werden und seinen müden Körper zu mobilisieren. Ich halte das so, dass ich mir morgens heißes Wasser mit Zitrone zubereite. Ich bevorzuge da Glasgefäße, weil ich persönlich finde aus Glas oder auch Porzellan schwecken Getränke, besonders heiße Getränke einfach besser. Und dann trinke ich halt so ein Glas voll und dann starte ich den Sonnengruß. Übrigens, dass man morgens heiße Zitrone oder heißen Ingwer oder einfach pures heißes Wasser trinkt, das kommt dann noch aus dem Ayurveda. Was noch wichtig ist, wenn ihr heißes Wasser trinkt, Zitrone reinmacht oder Ingwer und es euch zu sauer ist, dann könnt ihr da natürlich Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft, also irgendetwas Süßes hinzugeben oder ihr packt da einfach eine kleine geschnittene Dattel rein. Weil Datteln haben ja auch so eine Süße. Ich liebe ja Datteln und dann habt ihr auch eine angenehme Süße und dann ist es halt nicht zu sauer. Wobei es natürlich am besten ist, das wirklich pur zu trinken. Viele fragen immer, wie das dann ist mit dem Essen und Trinken, bevor man eine Yogastunde startet. Also trinken könnt ihr definitiv vorher, während der Stunde und nach der Stunde. Da ist es natürlich am sinnvollsten oder auch gesündesten, wenn es dann Wasser ist, entweder kaltes, warmes oder heiße Zitrone, kalte Zitrone oder Kräutertees. Die könnt ihr auch warm oder kalt trinken. Eure letzte Speise sollte aber mindestens zwei Stunden zurückliegen. Am besten ist sogar, wenn es fast zweieinhalb bis drei Stunden zurückliegt. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß noch, dass eine Mal, da habe ich gedacht, ich esse etwas Leichtes. Vorher hatte so einen Hunger. Ich hatte da um eins gegessen. Meine Yogastunde war aber schon um drei. Und ich war so voll gewesen. Und das ist mir richtig auf den Magen geschlagen. Also mir war während der Stunde, weil die Asanas, die ich dort praktiziert hatte, war noch sehr fordernd und anstrengend. Und es war dann echt total schlecht, weil ich gemerkt habe, mein Bauch ist noch viel zu voll. Also das ganze Essen war halt noch nicht verdaut und war dann noch im vollen Gange. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorher eine Kleinigkeit isst, dann eher eine Banane, eine Apfel oder vielleicht ein Müsli-Riegel, weil ihr dann einfach für die Stunde fitter seid. Ihr einfach nicht dieses Völle-Gefühl habt. Viele Schüler, die das erste Mal eine Yogastunde besuchen, fragen immer, muss ich Vorkenntnisse haben, muss ich körperlich total fit und gelenkig sein. Einige haben echt ein bisschen Angst, weil die dann kommen und sagen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe Knieprobleme, ich habe dies, das. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die wirklich richtig gehandicapt sind körperlich, vielleicht seit Geburt an oder es ist später passiert. Und das ist aber alles kein Problem. Denn egal, in welchem Zustand du dich befindest oder in welcher körperlichen Verfassung, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, beim Yoga, dass du diese Lebensphilosophie aufnimmst. Es geht ja darum, zu dir eine andere Einstellung zu bekommen, zu deinem Körper ein neues körperliches Gefühl aufzubauen. Und Yoga kann dir dabei helfen, mental zu wachsen, aber auch körperlich dich zu stärken. Das heißt, so eine Kombination. Und für jeden gibt es die passenden Asanas. Und du entwickelst dich ja mit der Zeit weiter. Das heißt, wenn du anfängst mit deinen persönlichen Übungen, die zu dir gerade passen, weil dein Körper braucht diese bestimmten Asanas, dann werden die erst mal praktiziert. Oder auch die Atemtechnik. Das kann so gut wie jeder nachmachen. Also selbst Leute, die Asthma haben oder vielleicht ein bisschen in der Atmung eingeschränkt sind. Trotzdem ist es möglich, Yoga auszuprobieren. Weil es geht ja nicht darum, dass du da Leistung lieferst oder extremes Durchhaltevermögen haben musst während einer Yogastunde. Es geht ja darum, den Weg dahin zu gehen, dass es dir mental und körperlich immer besser geht. Und da ist Yoga eine schöne Anleitung für. Und wenn du den passenden Lehrer gefunden hast, der dich dahin bringt, dann wirst du diese Veränderung spüren. Und du wirst doch merken, wenn du das dann vergleichst. Vielleicht machst du vorher Fotos oder ein kleines Video von dir vorher. Und viele Menschen merken nämlich nicht, wenn sie ein Jahr Yoga zum Beispiel gemacht haben, dann sagen die immer, ich komme immer noch nicht mit den Händen auf den Fußboden. Oder es gibt Leute, die sagen, ich kriege das mit der Atmung immer noch nicht hin. Und einige sagen, meine Rückenschmerzen sind zwar besser geworden, aber immer noch nicht komplett weg. Und wenn die aber vorher eine Aufnahme gemacht haben oder ein paar Bilder und dann ein Jahr später das dann vergleichen, dann merken die, es hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Also vielen ist das gar nicht bewusst, weil du wächst ja da hinein. Also du machst das die ganze Zeit und bekommst manchmal gar nicht so mit, dass bestimmte Dinge sich verändern. Und wenn du das aber, sag ich mal, schwarz auf weiß hast, dann merkst du auf einmal, boah, da hat sich richtig viel getan. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und für dich ist das ja auch so ein kleines Erfolgserlebnis, weil dann kriegst du das ja mit. Natürlich wird dein Lehrer dir auch sagen, ja guck mal, das konntest du vorher nicht und jetzt schaffst du das schon. Und das hat sich doch bei dir getan. Also was ich damit sagen möchte, ist, es gibt immer Menschen, die brauchen natürlich ein kleines Feedback, um wirklich mitzubekommen, dass sich da was getan hat. Weil wir kennen das ja alle, wir neigen ja dazu, gerade wir Menschen in Deutschland leben, dass wir ja immer alle sehr kritisch beurteilen und sehr oft immer das Negative zuerst sehen und das Positive so ein bisschen vernachlässigen. Und im Yoga lernst du aber, zuerst das Positive zu sehen und das Negative nicht mehr als negativ so zu bewerten und anzuerkennen, sondern eher als es ist. Und dann nehmt ihr einfach mal die Hände und legt ihr einfach auf den Bauch. Oder ihr nehmt eine Hand auf den Herzen und die andere auf den Bauch. Dann schließt ihr eure Augen und atmet erstmal ganz normal ein und aus. Jetzt macht ihr vielleicht fünf Mal und danach beginnt ihr intensiver zu atmen. Das heißt, ihr versucht den Yoga Atem. Das bedeutet, ihr atmet wirklich ganz tief ein. Und wenn ihr tief einatmet, weitet sich euer Bauch. Das heißt, ihr achtet nicht mehr darauf generell, wie das sonst so üblich ist in der Welt, dass die Leute immer ihren Bauch einziehen. Weil das führt dazu, dass ihr kurzatmig werdet. Ihr atmet dann nur noch flach und das ist nicht gut. Ihr sollt nämlich lernen, wieder die ursprüngliche Atmung zu praktizieren. Das ist wirklich, ihr atmet wirklich von der Brust in den Bauchraum ein. Das heißt wirklich, wenn ihr atmet, könnt ihr auch eure Hände an der Seite machen. Wenn ihr einatmet, dann wird der Bauch weit. Und wenn ihr ausatmet, dann wird er flach. Und das macht ihr dann auch fünf Mal, dass ihr wirklich versucht, bis tief in den Bauch hineinzuatmen und auszuatmen. Zum Beispiel so. Ihr könnt zusätzlich ein lautes Geräusch machen beim Ausatmen. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr laut einatmet durch die Nase und laut durch den Mund ausatmet. Weil dadurch, dass ihr euch auf den Atem konzentriert, dieses Ein- und Ausatmen. Und wenn ihr die Hände auf den Bauch legt oder eine Hand auf dem Herzen und die andere auf den Bauch, das führt dazu, dass ihr euch selbst beruhigt. Ihr werdet automatisch ruhiger. Und das ist ja auch ein Ziel, um den Stress abzubauen. Wenn ihr euch nach Hause ein bisschen dehnen möchtet, könnt ihr das auch noch zusätzlich machen, indem ihr zum Beispiel eure Schultern kreist. Da müsst ihr aber aktiv die Schultern zu den Ohren ziehen und dann aktiv nach hinten ziehen. Versuchen, die Schulterblätter zusammenzuführen und dann aktiv nach unten drücken die Schultern. Also richtig runterziehen. Und das macht ihr dann auch einige Male. Da merkt ihr schon etwas. Wenn ihr gerade sehr verspannt seid, werdet ihr da was spüren. Und das kann auch sein, dass es knackst ein bisschen und das ist völlig in Ordnung. Und das macht ihr dann in die eine Richtung und dann auch in die andere. Und dann könnt ihr auch mal eure Hände auf die Schultern legen und dann nochmal das gleiche wiederholen. Nur, dass ihr dann versucht, die Ellenbogen aneinander zu bringen. Das macht ihr dann auch einige Male. Dann macht ihr auch einen Richtungswechsel. Und eine beliebte Übung, die man auch im Sport praktiziert, um sich ein bisschen zu dehnen. Diesen Bereich hier ist, dass ihr eure Hand aktiv runterzieht und den Kopf leicht zur Seite neigt. Und dann bis ihr hier ein spannendes Gefühl spürt. Und dann haltet ihr das auch einige Minuten. Und dann wechselt ihr nachher die Seite. Und ihr könnt auch ganz vorsichtig euren Kopf nach unten bewegen. Manche spüren dann hinten schon eine Dehnung. Und die Schultern ist wichtig, dass die locker bleiben. Weil manche neigen dazu, die immer so hoch zu ziehen. Und die sollen ganz locker bleiben. Dann lieber versuchen aktiv die runter zu ziehen. Und dann spürt ihr noch ein bisschen mehr Spannung. Und dann richtet ihr den Kopf wieder auf. Macht ihn zur Seite. Ganz leicht. Und dann zur anderen Seite. Und dann ganz sanft, sobald es geht, nach hinten, wenn das möglich ist. Wenn das nicht geht, dann macht ihr das natürlich nicht. Was ihr auch machen könnt, ist, um euren Körper ein bisschen insgesamt zu mobilisieren. Dazu müsst ihr natürlich auf dem Boden euch ne Matte bereitlegen. Oder wenn ihr auch habt, auf dem Teppich geht das auch. Dann stellt ihr euch in den Vierfüßlerstand. Schauen, dass die Arme unter den Schultern sind und Hände. Hüftbreit geöffnet. Weil Hüftbreit ist immer rückenschonend, beziehungsweise Bandscheibenschonend. Und dann macht ihr den Cat Stretch. Das heißt, ihr macht Kuh und Katze. Das heißt, Hohlkreuz und leicht nach oben schauen. Und dann Katzenbuckel machen. Das könnt ihr einige Male machen. Damit mobilisiert ihr eure Wirbelsäule. Dann könnt ihr auch zur Seite das machen. Und ihr könnt dann versuchen, euch mal nach hinten zu schieben. Oder nach vorne, soweit es geht. Das ist einfach nur, um den ganzen Körper ein bisschen zu mobilisieren. Und das muss auch nicht doll sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch versuchen, euch nach vorne zu schieben. So einen richtigen Kreis zu bilden. Einmal schiebt ihr euch im Hohlkreuz nach vorne. Zieht ihr euch nach oben. Und dann macht den Katzenbuckel und schiebt euch nach hinten. Das könnt ihr einige Male ausprobieren. Wenn euch das am Anfang schwer fällt, weil ihr noch nicht so kräftig in den Armen seid, ist das kein Problem. Das kann man langsam steigern. Ihr müsst das nicht perfekt ausführen. Es geht darum, den Versuch immer wieder auszuprobieren. Weil dann euer Körper immer mehr da reinkommt. Ich hoffe, diese paar Tipps konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Oder haben euch vielleicht ein bisschen mehr Lust auf Yoga gemacht. Oder auch Yoga kennenzulernen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Namaste. quotidienen.